Deine Eltern müssen durch den Riss geschlüpft sein. Was für ein Riss? Nein, der darf es nicht davon. Ein Loch in der unsichtbaren Wand zwischen uns und der Trollwelt. Du willst mir erklären, unsere Welt ist eine Brotscheibe und die Trolle leben auf der Unterseite? Genau, richtig. Die Unterseite nennt man Kehrwelt. Auf einem Regenbogen spazieren, östlich der Sonne und westlich vor Mond. Ich kenne mich da aus. Mehr, mehr, viel, viel mehr, mehr. Ich will mehr, ich will mehr und noch mehr. Mehr, 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 mehr. Er will mehr, er will mehr, er will mehr, er will mehr, mehr, mehr. Vielleicht hat sie der Klimawandel sichtbar gemacht. Ich glaube nicht an den Klimawandel. Der Musik. Ich will die Welt retten. Ähm, und warum? Weil ich als Mutter versagt habe. Und ich bin nicht zu packen, bin wie Dynamit. Den Kuh kann ich knacken. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Es ist gefährlich. Du musst genau tun, was ich dir sage. Und dann werde ich... Das ist furchtbar. Was ist furchtbar daran, mein Treu zu sein? Halt mich fest an der Hand, komm mit mir, sei gespannt. Du musst vielleicht, wir wünschen schließlich doch. Und so schwirrt wirklich... Kaaang. Halt auf, alle Beine, jetzt! Halt auf, Sie wollen uns mit den Händen! Halt! 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 Untertitelung des ZDF, 2020